ich habe einen dabei dass so irgendwer platz hat ja ich habe jetzt noch ein molly Oh Charger! Ne Chucky und Charger! Hey, wärst du ehrlich, hat die Tür wieder zugemacht? Das ist eine gute Idee Wär es gewesen, wenn Kevin nicht schon draußen gewesen wäre Du hast was gut Ich muss mich verarzten Schaut mal, ob es Proviant gibt Oh, hier ist ein Molly oder irgend so was Oh! Ah, hier ist ein Medikit Ist jetzt meins Oh, hier ist noch eine Bratpfanne Uäh! Ich höre eine Witch! Licht aus! Schön, als alter Chefkoch, der braucht die... Auf jeden Fall! Die Witch sitzt mitten im Weg Ja, guck, die macht gar nichts Scheiße, die Witch wird verarge Scheiße, die Witch wird verarge Hörte durch, Landwehr! Hörte durch, Landwehr! Hörte dir! Hörte durch, Landwehr! Geh doch mal weg von mir! Ach! Hör auf damit! Danke, Cavalry. Bitte. Jetzt noch Bomben. Wo? Da drin. Oh je. Was? Hier liegt ein Maschinengewehr. Das heißt, hier wird wohl ziemlich viel los sein gleich. Wurschtes Ende. Hallo? Hier gibt's Waffen! Uh, liegen hier viele Medikits und Muni. Wo ist hier? Hier bei mir unten. Und ein Defi liegt hier auch. Ja, dann lass am besten mal das Zeug da liegen, oder? Aber du musst dann mal den Funkspruch Bescheid geben, dass wir schießen. Mach mal, Kevin. Ich steh schon mal am MG. Ich hab diesmal ne gute Reichweite. Nur nach links komm ich nicht. Also Leute! Wir müssen durchhalten, bis das Rettungsboot da ist! Scheiße, da kommen sie! Jockey! Nein! Hunter und Jockey. Ja, scheiße. Jetzt hab ich den Jockey auf mir sitzen. Was macht denn ihr da unten? Ich wollte Kevin helfen. Und das war mein Ende. Ach, geil. Aber bei mir liegt ein Defi. Ja, das ist schön. Aber, ähm, ja. Hilfe! 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 Wo lagst du noch gleich? Wo? Da wo Marvin grad ist. Wo? Da wo die Muni und so ist. Da wo die Muni und so ist. Von Marvin aus ist links in der Ecke, da liegt ein Defi. Ja, ich muss mich erst mal verteilen. Genau, genau. Rechts neben der Tür. Eigentlich wollte ich ja an meinem Maschinengewehr liegen. Sabono. Ha, ha, ha. Geh mal weg von mir! Sonst müsste ich mich echt heilen. Na ja. Ich muss mich verarbeiten. Na ja. Ich hatte dich ja mal heilen. Ja. Ist jetzt schon wachst du dich hier. Na ja. Irgendjemand hat mir das Medikator in der Nase weggeschnappt. Wie wärs mit etwas, Hilfe! Char Char, ich hab die Machete. Komm schon, steh auf, komm, steh auf! Und Tank, aaaaah! Nein! Du hast jetzt nicht wirklich meine Zigarette geraucht, oder? Hm? Ja, Kilometer! Du, 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 du! Arm! Oh, Tank! Frag nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ist der scheiß Tank? Ne, ich habe ihn noch nicht getan. Wo ist er? Hier an Geländer. Bei dir oben. Oh. Hält sie so dauernd. Oh, ich habe echt erst mal einen Defi oder einen Kit. Wie furchtbar. Sie ist tot. Stopp, ich verarzt mich. Ach komm, geh doch einfach mal weg von mir. Oh. Ich war es denn. So viele wieder auf einem Haufen. Und das war's. Oh. Ach komm. Ich kann mich halt auch gar nicht bewegen, weil es so viele um mich rum sind. Oh Mann. Ich war ganz ganz schnell der Katze was zu fressen. Oh. 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 Das tut weh. Danke, du hast was gut. 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 Danke, du hast... Oh Mann! Vorsicht! Da ist alles offen! Hier entlang geht's zum Fluss. Ha! Damit jag ich wen hoch! Witch! Vorsicht! Pass auf! Verarschung! Ich brauche Hilfe! Wie geht's dir? Ich weiß nicht. Wir haben's gleich! Keine Sorge! Danke! Vorsicht! Hol ihn weg! Ach, geh doch mal weg! Habt ihr das Problem nie, dass ihr euch nicht mal bewegen könnt vor lauter Leuten und man muss sich rumbleiben? Ist doch klar! Nö! Ich hab Schmerzen! Ich hab Schmerzen! Meint er nur! Hat er auch! Er löst wahrscheinlich nur anders mit seiner Machete! Ja gut! Mit der Machete geht es recht einfach! Ah! Wollen wir vielleicht die Medikits hier hoch bringen zum Gewehr, damit wir quasi, also damit wir nur hier oben fighten müssen sozusagen. Wollen wir mal probieren? Wollen wir mal probieren? Äh! Ach ne, wie legt man das? Kann man nicht ablegen, gell? Nö! Nimm's einfach auf, wir sind eh nur noch zwei! Oh, scheiße! Ich rück jetzt mal den Knopf! Wollt ihr euch nicht vorher hellen! Wollt ihr eh doch mal drücken! So, wo waren die jetzt? Oh! In der Beziehungssinn des Grauens! Moment! Muss erst eilen! Sollen wir dann hier oben bleiben, oder? Hier gibt's Verbandszeug! Deckung! Munition! Können wir? Jaja! Ich darf nur nachher nicht das Geländer nicht wieder kaputt schießen mit dem MG! Wie hinter mir seh ich halt echt nix, gell? Oh, da läuft ein Chargers reingelaufen! Ah, so ein Scheiß! Da zur unten rechte Seite! Oh Gott! Hunter und Charger bei mir! Äh, beide ist down! Ich habe dann noch mal einen Kumpel auf dem Spiel rauskommt! Die sind Dich, auf der Leid der Team. Oh Gott! 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 Ahem! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo ist der Tank? Ich glaub unter mir, da Oh, ich komm nicht hin Oh Ich hab die Zunge herausgestreckt Das MG, das steht scheiße, da kommt schon nix hin Wie, da müssen wir hier durchhalten Die haben 10 Minuten gesagt, ich geh mal nicht davon aus, dass es wirklich 10 Minuten braucht Achter 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 Da ist noch n Dicker Achter ist schon noch am Leben Jetzt ist er da Wo auch immer da ist, aber gut Ja Ja Ich bin nicht verletzt Vorsicht Kranate Achtung Achtung Ich hör'n'n Hunter Leider nach Wir müssen das Boot reißen Lauf Wuhu 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 Der Bot ist im Wasser Hehehe Hehehe Sind alle im Wasser Ja Boah das war doch Irgendwie haben wir- aber jetzt haben wir es grad ohne Probleme geschafft, gell? Ja Kein Leben verloren Ja Au Du du Au Eine Stunde 45 Minuten Oh, hätten wir mal die Klappe gehört Fünf Neustartsee Außer Gefecht Zweiundzwanzigmal Fünf Ehe Wieder nur neunmal, irgendwas macht der andere Nahkampfkills 300 Kevin, nicht schlecht Oh 546 546 Hach Keinem wenigstens von wenig getroffen, gell? Mal die Fünffünfzig Ö Oh 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 Vielen Dank.